Hallo liebes Internet, hallo liebe Leser, ich möchte heute ganz kurz ein Video machen darüber, warum ich ZartuTV über die Schweiz verwende, was ich besonders toll daran finde und wie einfach es auch einzurichten ist. Und zwar, ZartuTV ist eigentlich ein Fernsehportal, das heißt ein Portal, das sehr viele TV-Kanäle aus vielen Ländern anbietet. Und wenn man dieses über die Schweiz benutzt, dann hat man auch noch den Vorteil, dass man nicht nur alle deutschsprachigen, also deutschen Fernsehkanäle enthalten hat, inklusive ProSieben Sat.1 RTL in Full HD, das normalerweise extra kostet, sondern auch zusätzlich noch die Schweizer, die österreichischen, die italienischen, die französischen, die belgischen und viele andere TV-Kanäle, nämlich in Summe 250 oder 254 TV-Kanäle. Das hat man nur, wenn man ZartuTV über die Schweiz nutzt. Ich verwende dazu Surfshark VPN, weil Surfshark VPN sehr schnelle Verbindungen hat, sehr preiswert ist und weil Surfshark VPN auch auf allen Apps funktioniert, wo ZartuTV funktioniert, nämlich das ist Amazon Fire TV, auf Smart TV-Geräten, auf Chromecast-Geräten, auf Android, Apple iOS und, und, und. Also viele, viele, viele Geräte werden hier unterstützt, von Zartu als auch von Surfshark und das gefällt mir eigentlich. Wir verwenden ZartuTV auf derzeit vier TV-Geräten, im Prinzip seit mehr als zwei Jahren. Wir haben keine Nachteile, im Gegenteil, es hat viele Vorteile gegenüber unserem Kabelanbieter, der nämlich deutlich mehr kostet. Wir bezahlen für ZartuTV jetzt gerade um die 10 Euro im Monat oder so um die 100 Euro im Jahr. Das finde ich absolut fair, diesen Preis, für das, was man hier alles bekommt, aber das werdet ihr im Folgenden sehen. Deswegen empfehle ich das gerne, aber schauen wir mal, ich zeige es jetzt mal auf einen Amazon Fire TV Stick, wo ich das auch installiert habe und verwende und dort zeige ich mal, wie man das verwendet. Später kommen wir dazu auch, wie man ein kostenloses Zartu-Konto erstellt, denn Zartu kann man ja auch kostenlos verwenden, nämlich 30 Stunden im Monat und das lohnt sich auch, dass das jeder mal ausprobiert vielleicht. Ich zeige das aber später im zweiten Abteil unseres Videos her, wie das funktioniert. Und so auf dem Fire TV ist Zartu wirklich einfach zu verwenden. Man achtet dabei dafür, man braucht eine Schweizer IP-Adresse und dafür habe ich Surfshark installiert auf dem Fire TV und man muss sicherstellen, dass man sozusagen mit der Schweiz verbunden ist. Normalerweise kann man das auch automatisieren, also dass man sich automatisch mit Surfshark verbindet. Und zwar geht das hier unter Einstellungen, kann man hier automatisch verbinden wählen und auch immer verbinden mit Schweiz wählen, dann wird diese Verbindung automatisch hergestellt. Und was es auch gibt ist, weil man ja nicht immer mit VPN surfen will, man kann auch bestimmte Apps festlegen, die den VPN-Tunnel in die Schweiz umgehen sollen. Ich habe hier zum Beispiel die Amazon-Anwendungen, nämlich Apps hier eingetragen, weil zum Beispiel Amazon Musik nicht funktioniert, wenn man einen VPN-Service verwendet. Und darum habe ich das hier eingetragen. Das heißt, diese Apps, die ich hier ausgewählt habe, werden Surfshark nicht verwenden. So, und wenn man in die Schweiz verbunden ist, dann, wie gesagt, kann man ganz einfach fernschen. Man geht auf die Zatour-App. Und ich zeige jetzt vielleicht ganz kurz, warum ich Zatour einfach so gerne mag. Zum einen gehen wir mal in das Menü. Das heißt, wir haben hier eine Programmübersicht. Wir können nach Sendern wählen, bestimmte Highlights auswählen, Videos auch aufnehmen oder auch nach Filmen und so weiter suchen. Und das Wichtige an dieser ganzen Sache ist, gehen wir mal auf Programm. Dann sehen wir hier die Programmübersicht des heutigen Tages. Also es ist hier oben ausgewählt heute oder jetzt. Heute ist der 28.11. Wir befinden uns in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr. Das zeigt es uns jetzt an. Und wir sehen hier zum Beispiel ARD, NHD, ZDF, NHD. Das ist übrigens meine eigene Sortierung. Das heißt, man kann das verändern. ORF-Programme, also die österreichischen. Ich habe hier die Schweizer Fernsehprogramme. Dann habe ich hier auch zum Beispiel RTL, RTL2, RTL Plus in HD, SAT1 in HD, Pro7 in HD und, und, und. Also die ganze Liste an Programmen. Ich denke, es sind irgendwo über 200 Programme, die man hier wählen kann. Und alle sind sehr einfach verfügbar. Aber das Spezielle an dieser Geschichte ist jetzt eigentlich, dass ich sozusagen nicht nur das, was jetzt läuft, sehen kann, sondern ich kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte aber gerne etwas sehen, was heute Vormittag war. Sagen wir mal um 11.30 Uhr. Und dann sehen wir, diese folgenden Sendungen waren heute. Zum Beispiel CTF Sport Extra Wintersport von heute Vormittag. Und ich kann jetzt hier entweder sagen, ich möchte, dass dieses Programm dauerhaft aufnehmen oder ich möchte mir das jetzt einfach anschauen. Das heißt, ich kann jetzt einfach ein Programm sehen, das innerhalb der letzten 14 Tage rückwirkend gezeigt wurde. Und das macht mir schon sehr viel Spaß. Ich zeige das jetzt auch nochmal ganz kurz. Das geht, wie gesagt, nicht nur für den heutigen Tag, sondern wir können hier auch noch zurückspringen, zum Beispiel zum 21.11. und können auch hier wieder sagen, was war am 21.11. um 8 Uhr abends für Filme. Ja, und da war zum Beispiel der Kommissar und das Meer oder die neue F2, Donner Leon und so weiter und so fort. Also, ich denke, ihr versteht, warum mir diese Funktion wirklich sehr viel Spaß macht. Also, wie gesagt, ich habe hier auch noch meine eigene Ordnung. Wenn man das jetzt alle Sender anzeigen lassen will, dann ist das ein bisschen unübersichtlich, weil es sind einfach wirklich sehr, sehr viele Sender. Ja, also es sind alle Schweizer Fernsehprogramme, es sind alle deutschen Fernsehprogramme, es sind alle österreichischen Fernsehprogramme, zusätzlich alle italienischen, alle französischen. Also alle Länder, die rund um die Schweiz sind, werden hier komplett abgedeckt. Und das, wie gesagt, immer in HD-Qualität. Das finde ich einfach wirklich einmalig. So, jetzt wird man nicht immer über dieses Programmfenster sozusagen auswählen, sondern man kann einfach auch auf Sender klicken und dann öffnet sich rechts diese Senderliste und man kann einfach nach oben und nach unten springen zu dem aktuellen Fernsehprogramm. Wir schauen uns jetzt gerade das vom Vormittag an, darum sagt er, ob er diese Aufnahme verlassen soll. Und wir sagen ja. Ich gehe jetzt nochmal hier hin auf Sender und ich schalte hier einfach um. Was haben wir gehabt? Jetzt läuft zum Beispiel Heimat Österreich. So, und geht schon. Und das Ganze funktioniert auch über die kreisrunde Taste der Fire TV. Das heißt, ich brauche einfach nur nach oben und nach unten und kann auch so das Programm wechseln. Auch das funktioniert. Das heißt, man muss nicht immer sozusagen in irgendwelche Menüs gehen, sondern man kann via ein Fernsehgerät einfach umschalten. Und es geht eigentlich auch recht schnell. Also, wenn du das jetzt so siehst. Natürlich, es vergehen immer drei, vier Sekunden, bis der Stream wieder startet. Aber dennoch, das ist eigentlich machbar. Ich surfe jetzt nicht so, dass ich 100 Fernsehprogramme jede Stunde umschalte, sondern eigentlich weiß ich schon, was ich schauen will. Und am liebsten habe ich eigentlich ohnehin die Programmübersicht, denn da sehe ich, wann was war und so weiter. Ja, gehen wir unter Highlights. Da zeigt sozusagen Zertou, was gerade aktuell am meisten geschaut wird und so weiter, was sehr beliebt ist. Da kann man sich ein paar vielleicht Ratschläge holen oder was man vielleicht sonst nicht entdecken würde. Zum Beispiel hier die Empfehlung der Woche, der Expendables 3 ist in ORF. Man könnte halt hier direkt hinspringen. Eine andere Sache ist On Demand. Und das ist sozusagen nicht TV-Programme, sondern hier werden Videos gestreamt, zum Beispiel von Netzkino. Das heißt, hier gibt es richtige Filme, die man sich jederzeit anschauen kann. Es gibt hier verschiedene Kategorien. Und man muss sagen, dazu braucht man eigentlich, wenn man Zertou hat, kein Netflix-Abo mehr oder kein Amazon Prime mehr. Man kann hier wirklich sehr, sehr viel finden und hat einen riesigen Überblick und das eigentlich kostenlos dabei. Ja. Was man vielleicht auch noch zu den Kosten sagen muss, gehen wir mal hier auf Upgrade, dann sehen wir das vielleicht. Und zwar, Zertou ist kostenlos nutzbar. Allerdings, wenn es kostenlos nutzbar ist, dann hat man nur 251 Sender. Man kann nur 20 Sendungen für je 20 Tage aufnehmen und man kann maximal 30 Stunden im Monat streamen, ja. Man kann allerdings auch, wie gesagt, ein bezahltes Abo nehmen, dann bezahlt man etwas mehr, ja. Und nämlich, es sind glaube ich so um die 10 Euro im Monat und dann hat man alle Funktionen und kann viele Stunden aufnehmen und so weiter. Aber ich sage jetzt einmal, ein Kabel-Fernsehanschluss kostet mehr als 10 Euro und das bietet deutlich mehr und ist eigentlich weltweit nutzbar. Ja, also das, da brauche ich kein Kabel-TV-Angebot mehr nutzen. Zu den Aufnahmen, das heißt, du kannst natürlich auch Filme aufnehmen oder ganze Serien aufnehmen. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel immer meine Columbo-Folgen auf. Ich mag Columbo sehr gerne. Die habe ich hier aufgenommen und kann hier einfach rüberspringen. Ich kann, wie gesagt, entweder einzelne Filme aufnehmen oder ich kann auch ganze Serien aufnehmen. Das heißt, hier habe ich zum Beispiel Columbo, die ganze Serie. Jedes Mal, wenn Columbo läuft, wird das aufgenommen und ich kann es hier abrufen. Ja, also für mich sehr angenehm. Wie gesagt, man kann auch direkt nach etwas suchen. Ja, also wir könnten jetzt hier zum Beispiel einfach mal, hoppala, jetzt habe ich mich da verklickt, suchen wir mal zum Beispiel nach Columbo, weil wir das gerade hatten. Und dann sehen wir, welche Inhalte von Columbo gerade auf Zertufa-Fimpur sind, verfügbar sind. Columbo... Gut, dass man das nicht den ganzen Tag machen muss. Und schauen wir mal, was man mit Columbo findet. Ja, und da findet er zum Beispiel, es läuft gerade aktuell etwas live auf einem Programm, das heißt Gold HD. Es gibt einige Aufnahmen über Columbo und so weiter. Also man kann wirklich in diesen hunderten TV-Kanälen Inhalte sehr einfach finden. Auch das finde ich super angenehm. Ja, die Einstellungen, da gibt es nicht mehr so viel her. Und zwar man kann natürlich seine Favoriten verwalten. Das heißt, bei den Favoriten verwalten kann man die Programme, die es gibt, hier ordnen, damit sie in einer bestimmten Reihenfolge sind, so dass man sie angenehmer verwenden kann und schneller findet. Das kann man beliebig ändern. Was noch? Man sieht natürlich sein eigenes Paket. Also ich verwende das Premium-Paket und ja, es gibt noch Datenschutzeinstellungen und so weiter, die man ja abfragen kann. Wie gesagt, ich verwende Zatoo eigentlich jetzt noch ausschließlich. Ich habe zwei Wohnsitze und an jedem Wohnsitz habe ich nur noch diese Geräte. Also ich verwende Fire-TV-Geräte mit Surfshark, verbinde mich in die Schweiz und nutze Zatoo. Das ist für mich einfach modernes Fernsehen. Ich kann Fernsehen, wann ich will. Ich kann jederzeit aufnehmen. Ich muss nicht rechtzeitig zu Hause sein, um eine bestimmte Sendung zu sehen. Ich kann jederzeit beginnen. Und was ich auch noch kann, ist, wenn wir jetzt hier sind und wir schauen gerade Live-TV, ich kann einfach auch auf die Pause-Taste drücken. Das heißt, ich kann jetzt einfach auch das anhalten, gehe zum Beispiel auf die Toilette, koche mir einen Tee oder was auch immer. Und wenn immer ich will, kann ich hier fortsetzen. Oder ich kann, wie gesagt, auch einfach zurückspringen und kann sagen, jetzt habe ich das Letzte nicht mitbekommen und wir schauen uns einfach das an, was vor ein paar Minuten gelaufen ist. Finde ich alles super angenehm. Auch hier, ich sage, okay, ich kann mir den Film jetzt nicht zu Ende anschauen, dann nehme ich mir den einfach auf. Nicht die ganze Serie, ich nehme nur die Episode auf. Zack, ist gespeichert. und werde ich dann morgen zum Beispiel weiterschauen können unter meinen Aufnahmen wird das dann verfügbar sein. Hier ist es schon. Und da kann ich dann jederzeit, wie gesagt, einsteigen. Also wie gesagt, ich finde, Tattoo, moderne Art des Fernsehens, geht weltweit. Das heißt, auch wenn du im Ausland bist, egal wo du bist, du verbindest dich mit Surfshark in die Schweiz und kannst das nutzen. Ich zeige dir jetzt dann auch gleich noch, wie du am einfachsten ein Schweizer Zattoo-Konto machen kannst, denn das ist in dem Fall notwendig. Zattoo bietet die Dienstleistung auch in Deutschland an. Wenn du das allerdings mit einer deutschen IP-Adresse machst, nicht so wie ich über Surfshark mit einer Schweizer IP, sondern mit einer deutschen IP-Adresse, dann hast du kein ProSieben, kein Sat.1, kein Kabel 1 und so weiter, auch nicht in Full HD. Du hast auch keine österreichischen und keine Schweizer Fernsehens. Also dir bleibt dann sozusagen noch ein Rumpf von einigen Programmen, die in Deutschland verfügbar sind. Also deutsche Fernsehkanäle, allerdings nicht in HD-Qualität und so weiter. Das hat einfach urheberrechtliche Gründe, warum sie das in Deutschland so nicht ausstrahlen dürfen, was sie aber in der Schweiz ausstrahlen dürfen, denn die Schweiz hat eine Sonderstellung und zwar dahingehend, dass sie natürlich als kleines Land, das umgeben ist und auch mehrsprachiges Land in der Lage ist, ihren Kunden oder den Schweizer Bürgern oder denen, die sich in der Schweiz aufhalten oder auch denen, die sich jetzt virtuell in der Schweiz aufhalten, sozusagen über die Schweizer IP-Adresse einfach alle Fernsehkanäle der Umgebung anbieten dürfen oder ausstrahlen dürfen. Das ist eine Schweizer Sonderstellung, eigentlich einmalig auch in ganz Europa, vielleicht sogar weltweit von den Urheberrechten her. Und deswegen mit einer Schweizer IP-Adresse hast du einfach den vollen Funktionsumfall, hast viel mehr Fernsehkanäle zur Auswahl und hast die Kabel 1, Pro 7 und so weiter in Full HD, die du sonst sogar extra bezahlen müsstest. Ist hier schon dabei. Wie gesagt, kostenlos nutzbar bis zu 30 Stunden im Monat oder wenn du mehr brauchst, dann bezahlst du in etwa 10 Euro im Monat, so wie ich das tue. Dann kannst du über 500 Filme aufnehmen, dauerhaft und so weiter. Viele Vorteile. Also, Tattoo ist meine Art des Fernsehens. Wollte ich jetzt einfach mal ganz kurz vorstellen. Jetzt zeige ich noch ganz schnell, wie man dieses Schweizer Tattoo-Konto am einfachsten einrichtet. Servus. Jetzt zeige ich noch ganz schnell, wie man dieses Schweizer Tattoo-Konto einfach einrichtet. Und zwar, es ist ganz einfach, man braucht auch hier eine Surfshark-App, die man auf seinem PC installiert. Und ich verbinde mich auch hier mit der Surfshark-App zuerst mal in die Schweiz. Denn, wie gesagt, wir brauchen eine Schweizer IP-Adresse. Und sobald wir verbunden sind, das geht ja sehr schnell, gehen wir auf die Tattoo-Webseite. Tattoo.ch Also gleich auf die Schweizer Seite gehen. Es würde auch mit Tattoo.com gehen, aber Tattoo.ch ist einfacher. Und hier kann man einen Gratis-Monat starten. Dazu muss man das aber kaufen. Muss man durch die Cookies akzeptieren. Und ich klicke hier auf Registrieren. Anschließend sehen wir hier die Tarifübersicht. Also es gibt den kostenlosen Tarif, Premium oder den Ultimate Tarif. Im Prinzip unterscheiden sich die in einigen Details. Beim Free-Tarif sind wie gesagt 30 Stunden monatlich inkludiert und alle Sender. Also es gibt hier nicht so große Änderungen. Man kann auch mit Free beginnen und später auf Premium hoch upgraden. Das ist alles kein Problem. im nächsten Schritt gebe ich einfach meine E-Mail-Adresse ein. Die kann von überall her sein. Es muss aber eine gültige E-Mail-Adresse sein. Ein Passwort. Ich gebe mein Geschlecht und mein Geburtsdatum an. Das hat einfach den Hintergrund, weil man sozusagen auch 18 Jahre alt sein muss, um bestimmte TV-Inhalte sehen zu dürfen. Darum muss man Geburtsdatum eingeben. Wie man sieht, Namen gebe ich nirgends wo ein. Klick auf Weiter und kann jetzt hier bereits den kostenlosen Stream starten. Das heißt, ich kann jetzt bereits schon Zertu-Konto nutzen und diese Zugangsdaten, also E-Mail-Adresse und Passwort würde auch dann auf der Fire TV oder anderen Streaming-Plattformen Apps eingegeben werden und das geht aber natürlich auch im Browser oder auf allen Apps und es geht eigentlich schon. Ja, wie man sieht, eine der Einschränkungen beim kostenlosen Konto, das werden wir auch gleich sehen, ist, dass man hier auch noch Werbung sieht. Das heißt, es ist sehr häufig, dass noch 25 Sekunden Werbung angezeigt werden, bevor man Fernsehen kann, aber das ist halt der Nachteil der kostenlosen Version. Ich persönlich habe, wie gesagt, eigentlich ein Premium-Konto. Ich bezahle hier eben diese um die 10 Euro im Monat. Mir ist es das wert, aber es geht kostenlos natürlich genauso, auch aus der ganzen Welt zu schauen für maximal 30 Stunden im Monat. Wenn man die Werbung nicht sehen will und mehr Filme speichern will, dann zahlt sich das natürlich aus. Ich finde, 10 Euro für ZADO sind immer noch wesentlich günstiger als ein Kabel-TV-Abonnement. Es ist auch günstiger, als wenn ich mir jetzt ein Abonnement für ProSieben, Sat.1 und so weiter in HD nehme für meine Satellitenschüssel. Das heißt, ZADO ist eigentlich wirklich für mich eine super günstige, moderne Angelegenheit und wie gesagt, im Browser verwenden oder auf Smart-TV-Geräten, auf Fire TV und so weiter. So, ich habe euch jetzt gezeigt, warum ich ZADO TV einfach wirklich genial finde und warum ich das echt empfehlen kann. Dazu vielleicht auch noch den Tipp, auf unserer Webseite, die ich unten auch im Beitrag verlinkt habe, könnt ihr nochmal eine schriftliche Anleitung sehen, wo ihr nochmal alle Details und auch Links findet. Unter anderem könnt ihr auch auf unseren Surfshark-Testbericht gehen, dort findet ihr Coupons, mit denen ihr mir ein bisschen spart oder den Anbieter auch kostenlos testen könnt. Empfehle ich euch. Macht noch eines oder tut mir einen Gefallen, wir sind auf eure Mithilfe angewiesen, empfehlt uns bitte weiter. Abonniert unseren Kanal und noch ein kleiner Tipp, wir haben einen Telegram-Kanal, dort bringen wir jeden Tag nicht sehr viele Nachrichten, aber immer die neuesten Nachrichten. Ihr könnt dann ja auch stumm schalten und so weiter, aber folgt unseren Telegram-Kanal, ihr findet uns auf Telegram unter VPN-Tester. Das war meine Bitte noch am Schluss, sonst freue ich mich über eure Kommentare. Kontaktiert uns, wenn ihr Fragen habt, wir helfen euch gerne. Servus, einen schönen Tag und alles Gute.